Ich hab Haie gefunden. Oh mein Gott. Herzlich willkommen zurück zu Subtech. Ich hab Haie gefunden, verdammt nochmal. Oh, das ist ein Fix. Komm her. Komm her. Warum? Au. Komm her. Wo trifft man den denn? Aha. Okay. Also, das Problem ist einfach, die müssen, die findet man im Deep Ocean. Und das ist anscheinend ein Deep Ocean. Ich muss nochmal ganz kurz dann auch gleich ein Heizern, hab ich schon mal. Komm her. Komm. Komm. Hi, hi, hi. Komm der Nächste. Warum lassen die sich nicht anständig schlagen? Das gibt's doch gar nicht. Keine Ahnung. Hello. Lecker, lecker. Fruchtes Menschenbeinchen. Komm her. Komm her. Aha. So kann ich die Flosse treffen. Aha. 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 Zähne, 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 Zähne. Wofür brauche ich noch? Hi, Zähne. Außer für den. Hm. Das war ziemlich wichtig. Ansonsten. Okay, gut. Also. Wir müssen es ganz kurz dann hier merken. Hier hinten. Ich habe so viel abgeklappert, ne? Ich bin hier lang gefahren, hier oben lang gefahren, hier lang gefahren, hier ist ein Dorf übrigens. Und jetzt habe ich das hier gefunden. Zum Glück, was ein Deep Ocean ist. So. Add Marker. Flipp. Und dann nehmen wir, ähm. Zack. Heil. Mhm. So, wie viel Zähne habe ich? Ich habe drei Zähne. Sharkskin. Ehrlich? Krass. Okay. Heil Fleisch. Und, äh, ja. Ab nach Hause. Oh Mann. Ich sage, wir sehen uns gleich zu Hause. Da sind wir wieder putzmunter zu Hause. Und hier klingelt es ganz doll. Okay, doki. Wir haben Heilzähne. Wir haben den lustigen Stein. Oh Gott, habe ich nicht hingetan. Hello. Da bist du. So. Das Hopperteil. Hoppa. Holz, Charcoal, Dust. Okay. Äh, Charcoal, Dust. Zweimal da. Pferdchen. Bitteschön. Bitteschön. Aha. Das da, das da. Während du das da machst, mache ich das hier. Sehr schön. Ah, es gibt Leder. Das ist immer gut. Hopp, hopp. Gibt Gummifferdchen. Das? Nee. Das gibt es auch. Mist. Mist, Mist. Okay, dann muss ich doch, glaube ich, bei Marito, komme ich da, Charcoal, das raus. Äh, Mist. Ich glaube, es ist noch ein Mild Mage gibt hier. Grindstone, nein. Press, nein. Ja, doch, nein, halt. Millstone. Okay. Dann bitte immer wieder pressen. Äh, shit. Okay, das ist problematisch. Dann eben nicht. Darf ich bitte eben kurz schlafen? Ist ja gerade ein wenig nervig. Nervig. Prost, Freunde. Kaltzer Kaffee. So. Grindstone. Äh, das wollte ich nicht, ich wollte das haben. Danke. So wie... Das da? Mhm. Das muss ich jetzt, äh, grind to Charcoal, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. So viel Hunger zieht, ist der Wahnsinn. Das ist echt krass. Leder, das letzte nasse Leder, zack, und... Gelb. Gelb. Pass it. Und nicht ganz, fast. Okay. Also, die beiden. Charcoal. Stein. Zahn. Hopper. Und rote Zieder. Zieder, 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 zieder. Zack. Und der Hopper. So. Oh Gott! Nicht! Oh mein Gott. Äh. Alter. Okay, immerhin. Das Kart steht noch. Die waren überraschend. Okay. So, so. Und so. Bitte schön. Danke. Dann, ich hoffe, ich muss das nicht machen. Ich hab nämlich echt keinen Bock drauf. Dann. Age of Meltzer Bays. Okay. Was bist du denn? Ich hab' gefühlt, ich hab'... Craft a heater to get started. Heater. So, das ist Porzellan Bricks. Clay Barrel Extension und Stone Grill. Unfied Porcelain. Milestone Bone Meal. Clay und Flint. Und davon brauch' ich sechs Stück. Ähm. Was, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Bone Meal. Hab' ich... Neun. Einmal ganz kurz irgendwie das Kart wieder halbwegs erlen oder so. Äh. Ja. Wo war ich? Ich war dabei. Ähm. Bone Meal. Muss ich ja noch machen am besten. Und Flint. Flint hab' ich dabei. Okay. 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 Bisschen was essen. Und dann gleich mal das... Hai... Zeugs... Kochen. Ähm. Wird noch weiter verarbeiten? Außer... Drei... Zweieinhalb. Ne. Lieber kochen. Gut. Einmal ganz kurz das Grinden. Wobei ich glaub' eins reicht. Nein. Nein. Okay. Neun. Sehr gut. Also sechs. Sechs. Und... Sechs. Mhm. Oh Gott. Sollte Mahlewigkeit. Dann bin ich verhungert. Das ist doch bekloppt. Scheint ziemlich anstrengend. Eieieiei. Und schneller. Schneller. Der Flick ist super. Das mach' ich euch. Weiter, weiter, weiter. Und fertig. Okay, geschafft. So, die müssen jetzt gebrannt werden, korrekt? Smelting, Porzellan. Mhm. So, mein Haifleisch. Lecker, lecker. Dann die Clay... Clay's Above Barrels. Egal. Ein Unfight Clay Barrel. Einfach nur Clay. Das waren zwei Stück. Clay, Clay. So hier. So. So. Ja. So, zwei Stück. Aha. Und die Barrels. Die können dann schon mal... Sonst noch was? Eins. Don't Grill. Den haben wir ja. Das bist du. Ich hoffe... Okay. Okay. Gekochte Dinger. Und go. Yay. Okay, was bist du? Ace of Melted Base. Ja. Viel Musikreferenz hier drin. Habe ich so gut. Das Gefühl. Okay. Melter, du beginnst melting down. Oh, so we need to match heater. To work properly. Also, Melter. Ein Melter. Oh. Oh, cool. So. Da kommt der Hopper ins Spiel. Okay, noch ein Grill. Nochmal sechs Porzellan. Und eine Primal Chest. Äh, Advanced Primal Chest. Okay. Mhm, 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 mhm. Ich habe noch das Karten. Advanced Primal Chest. Dafür nehme ich einfach eine hiervon. Falls ich es hinkriege. Ich hoffe. Guck mal. Erstmal ganz kurz Inventar ein wenig sortieren. Nee, dich brauche ich. Nein. Ja. Aha. So. Ein Stack Sticks kann ruhig erstmal weg. Und das kann weg. Flower. Die. Eins von denen. So voll. Das andere Ding übrigens wiedergefunden. Ich habe es nur einfach nicht gesehen, weil ich ein bisschen blind bin. Dann die Charcoal meinetwegen. Und. Strings. Dann noch dich mal leer. Mhm. So, die Kiste. Das Porzellan. Hopper unten. Das ist Stone Grail. Stimmt, die muss ich noch bauen. Steine und Steine. Schon mal ist eine Steine da. Ich weiß gerade nicht. Ich weiß gerade nicht. So, so, so. Ähm. Stone, stone. Okay. Boom. 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 Also weg damit und her damit. Gut, der Grill. Die Mitte, dann haben wir den Hopper drüber und... Ich glaube, er hat es gepackt, ne? Ja. Zack. Und das Porzellan. Das war... Jetzt kann ich echt eine Menge Essen für drauf. Meine Güte. Clay und Flint. Ich habe kaum noch Flint. Wo ist denn mein Siffling-Dingsbums? Das darf wieder weg. Das darf wieder weg. Was zu essen, wenn wir gleich sicherlich brauchen. Das ist weg, was hier Platz drin hat. Das ist jetzt nicht. So, okay. Okay, okay. Das können wir noch essen. Flint Clay und Bon Miel. Das ist dann unten. So, schnell hinlegen. Sonst kommt mir wieder gleich ein Creeper in den Nacken geschlichen. Das ist immer nicht so schön. Das ist schmerzhaft meistens. Okay, dann... Wudel, wudel. So, dann mal this. Und ein praktischer Rechtsgebiet unterhalten lässt mich essen und nur wudel. Sehr gut. Aber ich glaube, es ist unser Eintritt ins nächste Zeitalter, das Ding. Oder zumindest diese Questreihe, sag ich mal. Das wäre gut. Ich hoffe, ich muss das natürlich scheiße nicht machen. Ich hoffe nicht. So, äh... Einmal noch. Jawoll. Ich hoffe, wir können bald was mit unserem Experience machen. Sonst haben wir ganz schön viel gesammelt und nicht nutzen können. Und einmal schauen wir hier auch schon. Und nachher hätte es sogar mehr sein können. Klink, 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 klink. Okay. So. Ähm. Yay. Bitteschön. Oh, 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 oh. Wow. Wow. Yay. Yay. H1, here we come. Okay, wir sind da. Wir sind... Wir haben es geschafft. Wir haben H0 hinter uns. H Nummer 1. Zeitalter Nummer 1 ist da. Wir haben Whaler gekriegt. Ist das nicht schön? Wir haben Whaler. Oh, shit. Und ganz viele neue Sachen. Ganz viel. Uh, Schüssel haben wir gekriegt. Und Backpacks und alles. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Okay. Okay. Ein neues. Zeitalterchen. Oh, ja. Das Zeitalter des Schmelzens. Des... Des... Oh, ho. Des... Des... Des crafting-Tisches. Des Tinkers-Konstrukt. Des Schmelzens der Erze. Das ist sehr angenehm. Oh, yeah. Baby. Ich glaube, unsere allererste Amtshandlung. Vor allem anderen auf dieser ganzen verdammten Welt. Das ist immer noch ein Ding. Okay. Allererste Amtshandlung. Bürgermeister Biene. Oh, nicht für alle. Amtshandlung Nummero Uno. Nummero Due. Oh, geht auch nicht. Gut. Boom. Boom. Wir haben einen Crafting-Tisch. Einen anständigen Crafting-Tisch. Oh, das macht mich glücklich. Das macht mich so glücklich. Oh, yeah. Und wisst ihr, was man mit diesem Crafting-Tisch machen kann? Ganz genau. Man kann verdammte Küsten craften. So. Jetzt wird alles besser. Das sag ich euch. Es wird alles gut. Oh, es wird alles so gut. Alles wird gut. Ich hab's geschafft. Du bist. Das Schlimmste ist nur, ähm, für uns, sag ich mal, für dich und mich, ja, so ganz im Vertrauen. Ich hab jetzt sicherlich schon fast zehn Folgen im Voraus aufgenommen. Und das dann noch bevor, quasi die erste Folge kam. Und jetzt will ich jetzt erst recht weitermachen. Es ist echt, es ist furchtbar. So, das heißt, wir haben jetzt das Zeitalter des, äh, allen möglichen, ähm, erreicht. Heißt aber auch, wir können jetzt anfangen zu bauen. Erstmal machen wir jetzt der Kiste an, weil jetzt ist langsam echt Schicht im Schach mit Inventar-Management-Shit-Tack-Bogen und so. So, dich brauch ich noch natürlich. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich anständig an, ähm, Dingens. Aber jetzt hab ich's. An Erzes. Das müssen wir jetzt nur noch irgendwie evaluieren, wie wir das hinkriegen und wo es die gibt und so. Ähm, Holz, bitte. Ich mach den gleich auch noch leer. Ja, beziehungsweise, ich glaube, ja doch, ich werde jetzt als allererstes einmal zwischenfolgen ein wenig aufräumen. Das heißt, ich werde einfach Kisten bauen, vor allem. Und, ähm, ja, Inventar sortieren, damit wir hier endlich arbeiten können. Eins, zwei, drei. Ach, das sieht ja so schön ins Inventar gelegt wieder. Ach, das sieht so färlich. Die zwei werde ich kurz einmal aufstellen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, wie das funktioniert, aber das werden wir nachher rausfinden. So, genau. Einen kleinen Schmelz, das ist es, glaube ich. Genau, ich kann jetzt Sachen reinlegen. Und einen Dahita, wo wir halt auch Kohle reinlegen, damit es umschmilzt. Weil wir wegen keine Lava und so. Und ja, ich räume auf und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Und tschüss. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.